Offenbarung 21 für 6. Ja. Ich mache ruhig auch für euch. Perfekt, Bruder. Ist offen? Okay. Ja. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Okay, wer ist der Anfang und das Ende? Gott. Richtig, wo steht das? In Offenbarung 1 gleich, in Offenbarung 1 Vers 9 bis 8 meine ich. Ich bin das A und O, spricht Gott, der Herr, der Herrscher, etc., etc. Da kommen wir aber später noch zurück. Weiter. Ich will dem, den Dürstigen aus den Quellen des Wassers, des Lebens geben umsonst. Wer hat der Samariterin das Wasser des Lebens gegeben? Gott. Jesus. Richtig, Gott oder Jesus. Egal, egal. Wir kommen nicht dazu. Wir arbeiten diesen Fest zusammen durch, Bruder. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein. Okay. Jetzt kann man immer noch sagen, okay, hier ist der Vater damit gemeint. Wenn wir jetzt in Offenbarung 1 gehen und Vers 8 lesen. Ich bin das A und O, spricht Gott, der Herr, der Kyros, Gott, der Kyros, der da ist und der da war und der kommt, der Allmächtige. Aber im Kontext lesen wir, hier fern sie davor, gerade sei mit euch im Frieden mit dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die den Thron ist, von Jesus Christus. Und jetzt kommt's. Welcher ist der treue Zeuge? Der Erstgeborene. Also im Kontext wird über Jesus gesprochen, dass er das Alpha und das Omega ist. Jetzt könnte man immer noch sagen, ja warte mal, Jesus ist ja nur der Erstgeborene. Vielleicht ist mit Alpha und Omega dann doch wieder der Vater gemeint. In dem Fall fragen wir die Bibel gleich, wer war denn der Erstgeborene? Zacharia 12, Vers 10 bitte aufschlagen. Wir arbeiten jedes Wort einzeln durch, dass es keine Missverständnisse gibt. Ja, Bodo. Das habe ich eben auch schon einmal erklärt mit Zacharia 12, 10. Das mit dem Wasser haben wir geklärt. Das mit dem Wasser war Jesus. Jetzt klären wir, wer war das Alpha und Omega. Aber über das Haus David, über die Bewohnschaft von Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchspohrt haben. Kurzpunkt. Wir gehen zurück auf Offenbarung 1. Aber ich muss nicht jetzt extra zurückgehen. Im Kontext lesen wir. Ein Vers vor Alpha und Omega. Und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Also der, der das Alpha und Omega ist, ist der, den sie durchbohrt haben. Okay? Wen haben sie durchbohrt, deiner Meinung nach? Jesus. Logisch. Okay. Zurück zu Zacharia 12, Vers 10. Wir machen weiter. Und werden über ihn wehklagen. Jesaja 53. Sie werden über den Messias wehklagen, den sie durchbohrt haben. Nochmal eine Parallelstelle. Weiter. Wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Zurück zur Offenbarung 1 wieder. Es steht ja geschrieben. Und von Jesus Christus, welcher ist der Zeuge? Der Erstgeborene. Also. Jesus ist der, der das Wasser der Samariterin gegeben hat. Jesus ist der Alpha und der Omega, weil er der Erstgeborene ist. Weil er der Durchbohrte ist. Weil im Alten Testament, in Zacharia 12. Wer spricht denn da überhaupt die ganze Zeit? Vers 1 bitte. Bitte Vers 1 zeigen, Bruder. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt. Gott persönlich. Gott persönlich spricht hier. Jachwe. Jachwe ist der, der durchbohrt wird. Jachwe ist derjenige, der das Wasser des Lebens gibt. Und Jachwe ist derjenige, der das Alpha und Omega gibt. Ich habe quasi dir, Bruderherz, jedes einzelne Wort von Offenbarung 21, Vers 6 durch Parallelstellen analysiert. Wer ist hier gemeint? Wer ist Gott? Wir haben am Anfang gesagt, wir haben am Anfang gesagt, und ich werde ihm Gott sein. Und jegliche Möglichkeit zu dribbeln. Ich meine jetzt nicht, dass du das bist. Er ist raus, Bruder. Okay, aber für die Zuschauer noch. Hier sind 180 Zuschauer. Er ist raus, Bruder. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Genau, genau. Mach weiter. Genau. Es gibt keine Möglichkeit mehr zu sagen, in Offenbarung 21, Vers 6 ist nicht Jesus gemeint. Und jeden einzelnen Buchstaben haben wir jetzt analysiert, mit dem Alten Testament verglichen, mit dem Kontext von Offenbarung 1, 8 verglichen. Wer ist der durchbohrte Jachwe? Wer ist der, der sie wehklagen werden? Jesaja 53, der Messias. Wer ist der, der das Wasser des Lebens gibt? Der Messias. Und wer ist all das, der prophezeit worden ist? Sacha 12, Vers 1. Jachwe persönlich. Jesus ist Jachwe persönlich. Punkt, fertig. Ja, Bruder. Amen, Bruder, Amen. Er war, er ist, er hat erzählt, ich habe ja auch direkt mit Sacha 12, Vers 10 ihm gezeigt am Anfang und er ist leider in einer Sekte und im Galaterbrief steht ja ganz klar geschrieben, dass die Galater ganz klar gewarnt wurden vor judaistischen Ehelehrern. Das habe ich ihm auch gezeigt, weil wenn man das Gesetz halten will, da muss man sich an alles einhalten und ich habe ihn dann gefragt, und schlachtet die Tiere und er so, nein. Deswegen, meine Meinung nach, von meiner Meinung nach hat er sich für den Moslem angehört. Nee, ich kenne diese Leute, die sind, das sind judaisten, die halten das Gesetz, die ziehen sich auch so an. Oder Tora, die sind vehement dagegen, dass Jesus Gott ist mit allen Mitteln und die wollen das Gesetz einhalten. Und die Bibel sagt, dass wir nur durch Gnade gerettet sind. Und wenn wir ins Gesetz gehen, dann sind wir von dieser Gnade gefallen. Wie MCM, Bruder, das sind nur so Anhänger wie von MCM, also ganz, ganz schlimm. Eine ganz, 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 ganz. Er ist, wie ich, früher als Moslem gewesen, als ich Moslem war, du weißt, auch keine Lust gehabt zu lesen, nicht sich die Mühe gegeben zu lesen, einfach Katette, CD oder auf YouTube, Koran angemacht, du weißt, ob 10% nicht mal angehört, richtig und verstanden, ja, okay, Allah ergrüßt. Ich glaube sogar, dass er liest, aber weißt du, was das Problem ist bei diesen Leuten? Die Leute, die ihnen erklären, die schmieren ihnen Honig in den Mund, das heißt, sie erklären auf ihre Art und Weise und die überzeugen ihn. Deswegen hat er doch gerade gesagt, ich habe gerade einen geschrieben, lass doch deinen Freund, du musst es doch verstehen. Er kommt hier hin, du musst es verstehen. Aber wenn er jedes Mal zurückgreift zu seinen Kollegen, die ihn dann wieder manipulieren, bringt es ja nichts. Er muss ja selber sein Herz öffnen. Das heißt, wenn er hier ist und man erklärt ihm was, und ich habe schon gemerkt, er nimmt es schon an. Er kämpft ja selber damit, ja, weil er hat ja nicht gesagt, ihr habt nicht recht, sondern er hat es schon irgendwo verstanden. Quasi, sonst würde er es ja nicht, überhaupt gar nicht annehmen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist manchmal ein Prozess, Leute. Wir dürfen auch niemals erwarten, dass er jetzt sofort in dem Moment sagt, okay, Halleluja, ich habe es verstanden, es ist so. Nein, es ist ein Prozess. Er muss erst mal alleine, damit klarkommen, zu Hause nachdenken, lesen und vielleicht kommt er irgendwann zur Erkenntnis und sagt, doch, es wacht, wenn mich mehr sehen oder es ist so. Nur Jesus wird dich dahin führen. Jetzt momentan führt ihn Jesus nicht, weil er ist in der Irrlehre. Er ist weit, weit entfernt leider von der Wart. Wenn du ihn gefragt hast, wie glaubst du, die Bibel ist das ultimative Wort Gottes, er hat voll gestruggelt, hast du gemerkt, er konnte nicht ja sein, er konnte nicht einfach ja sein. Doch, guck mal, Bruder, man denkt immer, er ist sehr, sehr nah, wenn man hört, er glaubt an Jesus, ah, das ist ein Christ, nein, 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 nicht jeder, der sagt, ich bin ein Christ, ist auch ein Christ. Der nicht an die Trinität glaubt, der nicht an die zwei Naturen Jesu glaubt, ja, ist kein Christ. Das kann jeder erzählen, ja, Jesus, ich glaube ihn, aber er ist nicht Gott, oder, dann ist er kein Christ. Es ist leider, er glaubt, er glaubt, was Antrim sagen, verstehst du, ich weiß, dass er merkt, ja, ja, der hat doch gerade gesagt, ich schreibe, er hat ihm geschrieben, er ist auf der Arbeit und kann alles widerlegen, dieser Hochmut, ich kann alles widerlegen, hilft dir erstmal selbst, kann ich nur sagen, hilft dir erstmal selbst, ja, hilft dir erstmal selbst, mein Freund, bevor du sagst, ich kann alles widerlegen, es hat hier mit widerlegen oder zerstören nichts zu tun. Öffne dein Herz, sogar die Juden haben damals sogar schon verstanden, wo Jesus hinaus will, deswegen fand ich die Stelle sehr, sehr gut, Bruder Harut, weil das zeigt wieder, wieso haben die Juden sogar verstanden, wo er hinaus will, wieso die Juden, jetzt kommt irgendeiner, 2023 Jahre später, über 2000 Jahre später kommt irgendeiner und sagt, ich kann alles widerlegen, die Juden haben es sogar noch verstanden, mein Freund. Oder, 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 ich, 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 ich als Kaffee habe das verstanden, ich als Kaffee habe das verstanden. Das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist, wenn er damals gelebt hätte, ja, wenn also, wenn er zu Zeiten Jesu gelebt hätte, beziehungsweise zu Zeiten, wo der Galaterbrief geschrieben wurde an die Christen, dass sie, dass sie vor diesen Ehrlehrern, vor diesen judaistischen Ehrlehrern, die zurückgehen zu dem Gesetz, wenn er damals gelebt hätte, hätten die Juden gesagt, zu ihm, dass er in Monatik ist, dass er ein Heuchler ist. Richtig, absolut, genau, so möchte ich gerne irgendwie, so dazwischen irgendwas. Gottes reichen, Segen erstmal an alle, hallo. Gott segne dich. Gottes Segen, wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Werner, Bruder. Werner. Korrekt. Ich wollte was dazu sagen, weil du hast vorhin irgendwie auch gesagt, ja, die Adventisten. Bruder, ich bin Adventist und ich kann dir sagen, dass du das, also, ja, nicht richtig halt, äh, erklärt hast, weil, wie soll ich sagen, ähm, Jesus hat also zwei Gebote aufgehoben im Alten Testament und das ist die Beschneidung, weil jeder Mensch zu Jesus Christus kommen kann, ja, äh, zu Gott kommen kann, ähm, und er hat die Opfergaben aufgehoben. Und das glauben wir. Nein, nein, komm mal, die, die, die Lehre der Adventisten ist eine ganz klare Irrlehre. Und zwar, ähm, wie kommst du da drauf, wenn ich von mir... Ja, du musst, ähm, verstehen, diese Adventistenlehre gibt es seit 150 Jahren, 160 Jahren, ja, und, äh, die Lehren, ähm, dass der Versöhnungsdienst, ähm, im Beginn, ähm, von 1844 hatte, ja, genau, das sagen sie, ja, richtig. Ja, ganz genau, und das ist ja falsch, der Versöhnungsdienst war schon seit den Aposteln, seit dem Herrn Jesus Christus, kannst du dich versöhnen. Okay, ähm, die Lehren, dass es keine Hölle gibt, die Lehren, dass du unbedingt den Sabbat einhalten musst, unbedingt. Moment, die sagen nicht, es gibt keine Hölle, ja, es gibt keine Hölle, sagen wir, aber die Hölle ist hier auf der Erde, hier wird sie auf der Erde stattfinden. Und, und die Adventisten, nein, nein, das ist ganz falsch, das ist ganz falsch, und die Adventistenlehren das Halten der Speisegebote aus dem Alten Testament, das ist auch komplett falsch. Denn der Herr Jesus Christus hat gesagt, er hat alles, ähm, was an Nahrung ist, für rein erklärt. Richtig, also, äh, ja, das ist richtig. Jesus hat alles für rein erklärt, alles. Ja, aber dann bist du halb Adventist, oder wie, Bruder? Kurze Frage. Nein, nein, Bruder, ich bin Adventist. Adventist, äh, das ist ja gegen deine Lehre, dann. Aber das ist, äh, Werner, Wagner, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Werner, Werner, Bruder. Sag mal, Werner, äh, diese LNGY, ist ja eine Prophetin bei euch. Nein, 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 sie selber hat sich, Moment, Bruder. Aber, hä? Auf Wikipedia steht aber, dass eine Prophetin bei euch. Ja, sie selber hat sich als Prophetin ernannt, aber sie selber ist keine Prophetin. Sie selber hat sich als Prophetin gesagt. Okay, Bruder, jetzt, aber deine Dogma stammt ja von dieser Person. Richtig, oder? Das ist richtig, korrekt, ja. Und das Alte Testament hat gesagt, wer sich als falschen Propheten ausgibt, der muss umgebracht werden. Ganz einfach. Du folgst einem Menschen, der mit dem Tod bezahlen muss. Weil das ist seine Lehre, Chris. Aber, ja, wir sagen das doch, ja, wir sagen doch im Alten Testament, die, die, die sich als falschen Propheten ausgeben, die müssen umgebracht werden. Wie kannst du seine Menschen folgen? Ja, dann ist es aber ihr Problem und nicht mehr. Nein, ihr seid ihr Anhänger. Aber du folgst einem folgst einem Propheten, Bruder. Genau, es ist ihre Lehre, die du folgst, Christ. So wie bei den Zeugen Jehova. Charles Russell ist ein Freimaurer. Ja, das weiß ich. Ich will mich als Zeugen Jehova dann sagen, ja, interessiert mich nicht, doch. Es ist euer, also nicht du jetzt in dem Moment, Zeugen Jehova, an den folgt dir. Es ist seine Lehre, die er heute folgt. Aber ich folge der Bibel. Nein, ich folge ihr. Sie hat dir die Bibel ausgelegt. Sie hat dir die Bibel ausgelegt. Und ihr seid ihr ihr Anhänger, Bruder. Das ist das Problem an der Sache. Okay. Werner, sind deine Eltern auch Adventisten? Nur meine Mom, ja. Da haben wir den Salat. Du bist hineingeboren. Wieso hinterfragst du nicht, an was du hineingeboren worden bist? Das ist richtig. Da muss ich dir auch recht geben. Aber ich wollte noch etwas sagen, wo Jesus ganz klar sagt, dass er Gott ist. Also nichts dagegen sagt, sagen wir mal so. Weil einer hat sich vorhin niedergeworfen und gesagt, Herr, vergib mir. Er hätte doch sagen müssen, halt, steh auf. Genau. Ich bin nicht dein Herr, du gehst so weit, wie der Bruder Harut schon gesagt hat vorhin. Ja, und da war auch eine Sache, da hat er gesagt, Herr, vergib mir. Aber Jesus hat nichts dagegen gesagt. Und er hat gesagt, ja, nee, nee, ich bin nicht dein Herr, ich bin Jesus, okay? Nein, er hat nichts dagegen gesagt. Also bestätigt er auch damit, dass er Gott ist. Ganz klare Sache. Genau. Aber Christ, wie gesagt, wenn du willst, Bruder, du kannst öfters reinkommen, wenn du Fragen hast, ich bin sowieso immer da, ich bin immer da. Ja, nein, ich komme hoch, Bruder, und stelle deine Frage, weil, wie sie schon Bruder Harut gesagt hat, es ist leider, es ist nicht böse, es ist eine Irrlehre. Und wenn du, wie gesagt, hochkommen willst, Bruder, wir können gerne Punkt für Punkt alles durchgehen, alles besprechen, so wie jetzt auch. Ja, gerne, ich bin gerne bereit dafür, gerne. Sehr gut, Bruder, das freut mich sehr, sehr gut. Weil, wenn der Wille da ist, Bruder, das ist wichtig, wenn der Wille da ist, wenn du es wirklich hast. Ich will Jesus folgen, ich will das richtig tun, ich will das tun, was Jesus sagt, das würde ich tun. Das freut mich, Bruder, weil du kommst schon mit einem offenen Herz, du willst es verstehen. Weil es gibt manche Bruder, die kommen rein, die möchten es gar nicht verstehen, sondern die möchten einfach nur irgendwie rumtrollen, ja, die möchten debattieren, aber ihr Herz ist noch verschlossen. Nein, ich will es verstehen. Sehr gut, Bruder. Ich habe auch den Eindruck, dass du es verstehen willst. Das freut mich, Bruder Harut. Ich habe eine Sache gefunden, zum Beispiel, wie wir ja bei einer anderen ganz großen, falschen Religion, dem Islam sagen, dass im Koran steht, in Surah 112, dass Allah weder gezeugt hat, noch gezeugt wurde. So habe ich auch, du kannst diese Surah lesen und sagen, nee, nee, das hat nichts mit der Bibel zu tun, mit dem Gott der Bibel. Ich bin dir ganz ehrlich, ich habe damals einmal den Koran gelesen, aber ich habe ihn danach, also ich habe ihn verglichen, ich habe zu meiner Mama gesagt, man, ich will ein ehrlicher Mensch sein, ich will ein gerechter Mensch sein, auch zu den Muslimen gegenüber, und deswegen wollte ich den Koran vergleichen mit der Bibel. Aber Gott hat mir so ein schlechtes Gewissen gegeben, er hat gesagt, mach das nicht, ich kann nicht gleichzeitig die Bibel lesen, und ich kann nicht gleichzeitig den Koran vergleichen, dann bin ich zum Beispiel gekommen, den Koran zu zerreißen, weil es ist einfach die falsche Lehre. Pass auf, pass auf, Werner, pass auf, Werner. Und jetzt kann ich dir genau dasselbe für die Adventisten zeigen, und zwar in dem Buch von Ellen G. White, das Buch heißt Early Writings, Seite 253. Ich lese diese Bücher nicht, ich lese diese Bücher nicht, ich glaube, das, was Jesus sagt. Ja, aber die Adventisten-Gemeinschaft, die STA, die ist auf Ellen G. White aufgebaut. Ja, richtig, das stimmt, das ist korrekt. In dem Buch, in dem Buch Early Writings, Seite 253, steht geschrieben, Jesus trat am Ende der 2300 Tage von Daniel 8 im Jahre 1844, um das Heiligste des Heiligstums, um eine endgültige Sühne für alle zu leisten, für alle, und das ist eine vollwillige Ehrlehre. Okay, wirklich, sehr, sehr, sehr. Du musst da, wir behandeln dich in der liebenden Zähne Jesus Christus, aber die Bibel lehrt ganz klar was anderes. In Hebräer 8, 1 und Hebräer 9, 24 steht, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um ihn jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns, und nicht 1844. Deswegen musst du da unbedingt raus, unbedingt. Richtig, genau wie bei den Zönger Hoversbrot und die Mormonen, die sind alle in derselben Zeit entstanden. Alle in derselben Zeit. Werner, kurze Frage, hast du das Buch jemals gelesen von Alan G. White? Ich bin dir ganz ehrlich, nein. Ich lese nur, ich habe nur ein einziges Buch angefangen, das war von Alan G. White, das Leben Jesu. Okay. Welche Berührungspunkte hast du mit dieser, ich sage jetzt einfach mal Sekte, ohne es beleidigend zu meinen, okay? Was hast du schon alles erlebt? Hast du da irgendwelche Firmungen gemacht, irgendwas? Firmungen? Nein, keine Firmungen. Nur wahre Wunder, wo Gott bewirkt hat. Zum Beispiel, ich kann dir etwas sagen. Eine Schwester von uns, die war von klein auf gelähmt, okay? Und dann sind die Glaubensgeschwister, sind zu ihr nach Hause gegangen, weil sie ja gesagt, sie kann nicht in die Gemeinde kommen. Deswegen ist die ganze Gemeinde zu ihr nach Hause gekommen, haben gebetet für sie. Und dann, und dann... Warte, warte, warte. Ja? Ne, ne, mach weiter, mach weiter. Okay. Und dann hat es ihre Knochen gekracht, richtig gekracht. Und die haben gebetet und durch den Herrn Jesus Christus haben sie gebetet und haben gesagt, Herr, hilf dieser Frau bitte in Jesu Christi Namen. Und sie haben gebetet, warte mal, warte mal. Und diese Frau, diese Frau hat sich wieder aufgerichtet im Bett und ist runterge... Also das Bett ist kaputt gegangen, Bruder, und sie ist runtergefallen auf den Boden. Werner, haben sie in dem Moment Ellen G. White in den Mund genommen oder haben sie zu Jesus gebetet? Nein, zu Jesus. Okay. Also alles, was du bisher mir gesagt hast, bedeutet einfach nur, du bist hineingeboren in etwas, aber glaubst eigentlich an die Bibel, an die Trinität und an die Göttlichkeit Jesu. Genau richtig. Genau, das ist korrekt. Bruder, du bist ja eigentlich ein Christ. Du solltest dich jetzt, am besten heute, vielleicht auch einfach hier im Live-Team, einfach dieser Sekte abwenden und offiziell sagen, ich gehöre keiner Sekte, keiner Konfession, ich bin ein Nachfolgerer von Jesus Christus. Ja, das bin ich. Dafür stehe ich. Dann sag das bitte auf deinem Mund hier im Live-Stream. Okay. Ich bin ein Nachfolger Jesus Christus, und das bin ich auch. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und sag bitte, dass du Ellen G. White nicht als Prophetin ansiehst. Ja, ich sehe Ellen G. White nicht als Prophetin an. Halleluja, Bruder, jetzt. Willkommen im Club. Sehr schön. Das ist einfach die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, Bruder. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Nur den Herrn... Ich habe das schon immer gesagt. Ich habe schon immer gesagt, ich halte nichts von dieser Ellen G. White, aber die Lehre, also das, was Sie sagen, mit dem Sabbat, das stimmt schon. Also das stimmt schon, weil... Das ist okay. Wenn Sonntag der erste Tag der Woche war und Mittwoch die Mitte der Woche, dann stimmt das doch gegenüber ein. Da musst du mir doch recht geben. Bruder, jetzt, guck mal, du wirst ja eh noch mal Kontakt haben mit solchen Menschen, weil deine eigene Mutter gehört ja dazu. Ja, genau. Ja, genau. Deine eigene Mutter gehört ja dazu, ja? Genau, richtig, ja. Ich bitte dich jetzt an. Es ist schon mal gut, denn die Basis deines Glaubens hast du schon mal. Das ist schon mal das A und O, das ist schon mal alles wichtig. Dann so Sabbat... Ich glaube dem Herrn Jesus. Ich glaube, das, was... Werner, 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 ganz kurz noch, ganz kurz. Deine Basis ist vollkommen richtig und lobenswert. Sehr schön, Bruder. Es freut mich sehr. Danke. Es gibt vielleicht ein paar Baustellen, wo du meinst, dass du vielleicht richtig liegst. Vielleicht liegen wir auch falsch. Kann ja auch sein. Aber ich biete dir an. Bruder Harut ist sehr wichtig, sehr, sehr wissend. Der Abu Kanja sowieso. Ja, ich habe schon gemerkt, der ist der Endgegner der Muslime. Habe ich schon gemerkt. Richtig. Er ist Endmuskel, Bruder. Komm bitte mit deinen Fragen immer zu uns. Ganz kurz noch, ich bin gleich ruhig, weil es mir jetzt wirklich am Herzen liegt, dass er, weil er mit, wenn er zu Hause ist, vielleicht auch Verse eingeredet bekommen. Hör nicht auf diese Christen und dies und das. Hör dir bitte ihre Argumente sogar an. Ich bitte dich sogar drum, nimm ihre Argumente, schreibst du dir auf und komm zu uns. Oder am besten, hol sogar jemanden von denen und wir debattieren gegen ihn vor dir. Wir wollen dir nur damit beweisen, dass du bei uns, also die Lehre, die wir folgen, mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass das von Jesus Christus ist und nicht das, was die glauben. Und wir haben keine Angst für niemanden. Ich habe auch keine Angst. Und jeden Vers, jeden Vers gehen wir zusammen mit dir durch, Bruder Herz. Es soll nicht daran scheitern, dass du an Sabbat nicht glaubst oder sonst was. Oder ob du daran glaubst, ich weiß es nicht, was da war. ich glaube, ich bin da einfach in so einem Ruhigbezüglichkeit. Das, was der Jesus gesagt hat. Ja, Bruder. Weil, Moment mal, weil nämlich in der Bibel steht ja drin, der Sabbat ist für alle Generationen gemeint. Also für alle Generationen steht sogar in der Bibel drin. Also kann man nicht sagen, nee, das stimmt nicht. Also der Sabbat, nee. Und auf einer anderen Stelle steht drin, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Also wenn, wenn welche sagen, ja, das galt nur für die Juden damals, dann ist das eine Irrlehre, weil nämlich da gab es noch gar keine Juden, wo das Gesetz, wo Gott das Gesetz dem Mose gegeben hat. Ja, die Bibel sagt ganz klar, aber wir sollen uns nicht an irgendeinen Tag festklammern. Sei es Neumondfest oder irgendwelche Sabbate. Richtig, das stimmt auch für, nein, nein, verurteile niemanden wegen irgendwelcher Sabbate, Tag oder Neumontag oder das meinst du? ja, jeder soll den Tag, den er ehrt, soll er für den Herrn Jesus Christus machen. Ja, genau, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es auch richtig ist, oder? Oh Gott. Wir sollen nur niemanden verurteilen. Ja, ja, aber auch für diese Sabbatlehre, dass man das halten muss, können wir dir aus dem Buch zeigen, was LMG White dazu gesagt hat, was die STH halt befolgt. Ich will von dieser LMG White ja nichts wissen, ich will von der Bibel das sehen, ich will das von der Bibel sehen. Ja, okay. Ja. Also du bist definitiv nicht verpflichtet, den Sabbat, du bist nicht verpflichtet, den Sabbat zu halten und auch wenn du ihn nicht hältst, macht es dich nicht zu einem Sünder. Es ist keine Sünde, den Sabbat nicht zu halten, du verlierst auch dein Heil nicht dadurch. Aber wenn Gott es doch so sagt, Gott hat es ja so gesagt. Das Heil ist nicht vom Sabbat abhängig. Weil wenn du das Gesetz halten willst, im Galaterbrief steht geschrieben, wenn du das Gesetz halten willst, um da mit dem Gesetz gerettet zu werden, Ja, dann werde ich fallen oder so irgendwie, habe ich vorhin auch kommst du wieder unter, dann fällst du aus der Gnade. Genau, dann falle ich aus der Gnade. Okay. Du bist recht herzlich hier. Du bist immer hier willkommen, lieber Werner. Danke. Werner, noch kurz, ganz kurz, ganz kurz. Amen. Werner, bist du noch da? Ja, ja. Für was war der Sabbat denn gut? Der Sabbat? Dafür, dafür, um Menschen zu heilen. Also Jesus hat am Sabbat Menschen geheilt. Richtig, genau. Und die Pharisäer haben ihm gesagt, ja, was ist das für ein Mensch, er heiligt am Sabbat. Und das ist nicht nach dem jüdischen Gesetz so. Nein, hat er gesagt, ich darf doch am Sabbat tun, was ich will. Am Sabbat werden die Menschen geheilt. Jesus hat an diesem Tag einen Menschen geheilt. Richtig. Die Juden haben ihn deswegen angeprangert, weil sie nicht die Botschaft dahinter verstanden haben. Weil in Matthäus 11, Vers 28 steht geschrieben, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Das bedeutet, das Wort Ruhe bedeutet Sabbat. Ich werde euch Sabbat geben. Das bedeutet, Jesus ist der Sabbat, er ist der Sabbat, an dem wir uns halten müssen. Genau, Sabbat bedeutet Ruhe, Tag übersetzt. Genau. Nein, Sabbat bedeutet Ruhe. Sabbat bedeutet nicht Ruhe, Tag. Aber bei mir in der Erklärung steht, glaube ich, Ruhetag. Nein, nein, ja, Ruhetag im Kontext vielleicht, aber das Wort an sich bedeutet Ruhe. Okay, da bin ich nicht zu behaupten. Oder Ruhe. Aber egal, ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall, unser Sabbat ist Jesus. Verstehst du, was ich meine? Nicht mehr ein gewisser Tag. Weil wie du selber gesagt hast, das Gesetz ist nicht für die Menschen gemacht, nicht der Mensch ist für die Gesetze gemacht. Ach, du weißt, was ich meine, ich verwechsel das ein bisschen. Genau, der Sabbat ist nicht für, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Richtig, genau. Aber jetzt haben wir den Jesus Christus, der unser Sabbat ist. Der Sabbat wird ja nicht aufgehoben, sondern erfüllt durch den Herrn Jesus Christus. Er ist ja nicht weg. Das hat der Bruder Harut auch vorhin schon gesagt. Richtig. Aber es ist nicht mehr ein gewisser Tag. Das interessiert uns nicht mehr. Wir leben ja nicht mehr im Tag der Gesetzlichkeiten, an dem wir unseren Sabbat machen mussten. Jetzt hat der Herr Jesus Christus für uns den Sabbat gemacht, in Ewigkeit, durch seinen Sühneopfer. Er ist ja das letzte Lamm, das geschlachtet worden ist. All diese Gesetzlichkeiten sind ja nicht aufgehoben, sondern sind ja erfüllt worden durch ihn. Ja, Sie sagen also, die STA, wie er so schön sagt, zeigt, dass zwei Gebote im Alten Testament nur aufgehoben sind. Und das ist das Beschneidungsgesetz, weil jeder Mensch zu Gott kommen kann. Und die Opfergaben, weil der Herr Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und deswegen die Opfergaben aufgehoben wurden. Es gibt keine Gebote, die jemals aufgehoben werden. Gott abrogiert sich nicht wie im Koran, Bruder. Wir sind beschnitten im Geiste und der Sühneopfer in Ewigkeit ist Jesus. Er ist jeden Tag für uns gestorben. Und für jede Sünde, die du immer wieder tust, ist er immer wieder dafür gestorben. Und endlich, das hört nicht aus. Es ist nichts aufgehoben, Bruder. Du musst dir nur eins im Klaren sein. Die Zeiten der Gesetze der Juden haben vieles gemacht, was sehr rituell aussieht. Sie haben Opfergaben wirklich gemacht. Sie haben den Sabbat wirklich an einem Tag getan. Und sie haben wirklich gewisse Dinge getan. Aber diese Sachen sind nicht aufgehoben, sondern erfüllt worden in Ewigkeit. Wir können es ja nicht nur in einem Kontext machen für eines Landes, welches vor 3000 Jahren gelebt hat, weil wir gehören diesem Stamm nicht an, der Juden. Wir haben nicht in dieser Zeit gelebt und nicht in diesem Land. Also was musste Gott tun? Er musste das erfüllen, dass es für Unendlichkeit für uns reicht. Amen. Das Beschneiden sein reicht jetzt für unendliche Zeit, weil er uns im Geiste beschneidet. Das Sühneopfer reicht für unendliche Zeit, weil er für uns gestorben ist. Okay, ich wollte nur sagen, wie sie das erklären hat. Ich wollte nur sagen, wie sie dazu kommen, das zu sagen. In Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 3 steht geschrieben, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ja, und im weiteren Verlauf wird es auch eine ewige, also ewige Sabbatruhe geben für das Volk Israel. Das kommt noch. Nein, nein, ich bin Christ, da steht da, ich bin kein Christ, sondern Juden steht unten. Nein, nein, ich bin Christ. Also von meinen Herzen, von meinen Herzen bin ich Christ. Ich diene nur dem Herrn Jesus, sonst niemandem. Und von dieser Ellen G. White halte ich nichts. Ich halte nichts von dieser Frau, weil sie selber sagt, sie selber sagt, dass sie eine Prophetin ist, da kann man auch genauso sagen, ja, Mohamed sagt auch, der ist ein Prophet gewesen und keine Ahnung. Ja, ich halte davon nichts, sage ich ganz ehrlich. Ja, da fängt ja schon das Problem an, Bruderherz, guck mal. Wenn jemand schon von sich selber aus sagt, ich bin ein Prophet oder eine Prophetin, dann folge ich ja noch nicht mal. Dann nehme ich diese Lehre von ihr oder Auslegung noch nicht mal mehr an, weil da fängt schon das Problem an. Genau wie, ich sage doch, wie bei den Mormonen, genau wie bei den Zeugen Gehovas und noch viele andere auch, wenn jemand schon sagt, ich bin ein Prophet, ja, das geht nicht. Aber dann, aber da fängt schon die, da fängt schon die Irrlehre an und ich nehme gar nichts mehr davon. Null. Dann brauchst du gar nicht mehr folgen. Heutzutage gibt es keine Propheten mehr. Die gab es damals. Oder deine Lehre bezieht sich, also deine Lehre kommt von ihr. Es ist ihre Auslegung. Aber ich habe mit dieser Frau gar nichts zu tun. Du kannst sie auch nie gesehen haben. Du musst auch nicht mit ihr Tee trinken. Aber deine Auslegung, die du hast, kommt von ihr. Das ist das Problem. Deine Auslegung kommt von ihr. Du musst sie nicht kennen. Du musst auch nicht mit ihr Kaffee getrunken haben, Bruder. Aber deine Auslegung kommt von ihr. Deswegen seid ihr Anhänger, so gesehen, von ihr. Weil diese Recht, diese Sekte, sage ich mal, die kommt ja nicht von irgendwo. Sie ist ja entstanden wann? 1800, wie viel Harrod nochmal? 1844. Richtig. Wieso gab es sie vorher nicht, Bruder? 1836. Ist egal, 1836. Ja, aber 1844 hat irgendwas begonnen bei den Ingliedern. Nee, alles okay. Aber die Frage ist nur, wieso gab es sie vorher nicht? Wieso erst seit, seit es sie gab quasi? Warum? Das weiß ich nicht. Und ich habe auch schon zu meiner Familie gesagt, also für mich ist sie keine Prophetin. Aber du nimmst ihre Lehre an, Bruder. Das ist das Problem. Du nimmst ihre Lehre an. Aber nur weil sie doch das halten, was du gesagt hast? Nein, Bruder, du darfst nicht eine Sache rauspicken und sagen, das gefällt mir, deswegen behalte ich es. Aber alles andere, was mir nicht gefällt von ihr, nehme ich nicht an. Das geht nicht. In jeder Bibel steht auf der vorletzten Seite da, wer diesem Buch etwas hinzufügt oder wegnimmt, wird all das treffen, was in diesem Buch beschrieben steht. Egal, welche Übersetzung du hast. Das hat mit der Übersetzung gerade nichts zu tun, Bruder, sondern ich sage dir nochmal, diese Lehre, die du folgst, ist ihre Auslegung. Es ist ihre Lehre. Eine ihr Lehre. Nicht nur ihre Lehre, sondern eine ihr Lehre. Und wenn du sagst, ich gehe nur nach der Bibel. Ja, Bruder, ich glaube dir doch, dass du nur nach der Bibel gibst, aber nach ihrer Auslegung. Verstehst du? Das ist das Problem. Wir glauben dir doch, dass du nur die Bibel nimmst, dass du nur an die Bibel glaubst. Wir glauben dir alle hier, dass du nur die Bibel liest, Bruder. Das tut dir niemanden abschreiben oder irgendwie sagen, dass du lügst. Nein, wir glauben dir auch, Bruder. Aber es ist ihre Auslegung. Aber aus ihrer Sicht. Jawohl. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Wir müssen uns auch in seinen Kontext beziehen. Er ist aufgewachsen, schon von Kind an. Ich weiß, ich weiß. Und dass er, alleine, dass er schon so gut denkt, dass der Herr Jesus Christus Gott ist, das ist ja eigentlich schon ein Wunder. Wir haben diese Kleinigkeiten, Bruder, die biegen wir schon zurecht. Das ist wirklich das Spiel. Ich habe gestern mal die Bibel gelesen, Bruder, weil ich war einmal tot mit 5,4 Promille. Und hier glaube ich dir. Chris, glaube ich dir. Auch fest, du hast gerade was Schönes gesagt. Ich habe gestern hier im Live-Street auch gesagt, es gibt auch charismatische Christen hier. Ich kenne drei Stück. Die glauben auch natürlich an die Trinität, dass Jesus Gott ist, bla, bla, bla. Wie gesagt, alles in Ordnung. Man muss die nur ein bisschen pfeilen. Das heißt, die sind schon mal auf dem richtigen Weg, weil die haben schon mal ein Fundament, dass wir miteinander sprechen können. So, das heißt, das Fundament ist da. Jesus ist Gott. Du glaubst daran. Genau. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch, wie gesagt, diese anderen Sachen wegpfeilen, die wirklich eine Ehelehre ist. Und dann ist alles in Ordnung, Bruder. Ich sage nicht, dass du schon quasi komplett abgehört bist, aber du bist quasi... Er muss ganz klar, die Geschichte... Ich wollte nur die Geschichte sagen. Also, Werner, du musst definitiv die Geschichte verstehen. Es steht geschrieben, dass ein baptistischer Prediger namens William Miller, der aus Pittsfield, Massachusetts, berechnet hat, auf der Grundlage der apokalyptischen Zeitangaben des Buches Daniel und einiger Jesusworte im Neuen Testament, besonders im Kapitel 24 aus dem Matthäusevangelium, hat er den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi auf den Herbst 43, danach 1844 März und danach Oktober 1844. Und allein schon die Sagen, das ist schon eine Irrlehre. Jeder, der die Bibel kennt, der weiß genau, dass uns es nicht gegeben, die Zeitpunkte, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat, zu erkennen. Also in der Apostelgeschichte steht das. Kapitel 1. Es ist nicht gegeben, die Zeitpunkte zu wissen. Jeder, der damals die Bibel kannte, hat direkt gesagt, was ist das denn für eine Irrlehre? Die legen das halt so aus. Und das ist, wie sollt ihr die Bibel plus die Adventisten? Plus die Adventisten haben ja auch in ihrem Namen, Advent. Die denken, die denken, dass der zweite Advent ist die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und 1844, das ist schon so lange her und es ist nicht passiert. Ja, aber guck mal, dann musst du aus dem Advent, du darfst eigentlich, wenn du das schon so sagst, dann darfst du da nie mehr hingehen. Ich bin ja schon ewig nicht hingegangen, aber meine Mutter, sie ist immer noch da drin. Ja, dann musst du deine Mutter auch überzeugen. Aber erst muss er geholfen werden. Erst muss er dir geholfen werden. Und wenn du dann überzeugt bist, richtig. Das heißt, der genau hilft, keine Therapie mehr, Bruder, glaubt. Oder wenn dir geholfen wird, wenn dir geholfen wird und du nimmst es an, Bruder, und danach ist deine Aufgabe eine sehr, sehr wichtige. Dann kommt deine Aufgabe, indem du deiner Mutter hilfst, Bruder. Ein Bruder ist wieder da, der errettet oder verflucht. Wer ist der? Gottes Segen errettet oder verflucht, lieber Bruder. Das hat sich gerade angehört, wie wenn jetzt ein Krieg ausbricht. Nein, er wollte halt auch etwas dazu sagen. Er hat gerade den Kampf aufgerufen unter Shaitan seinen Auftrag. Shaitan braucht Hilfe. Gerade während wir hier reden, oder was, wie respektlos ist das eigentlich? Nein, nein, Bruder, das macht nur Spaß. Das ist ein Bruder. Das macht nur Spaß. Christ 881, Bruder ist Christ, er ist Christ. Es ist gerade passiert, wie gestern Otto. Wie gestern Otto. Ich verstehe nicht, was willst du? Ich verstehe nicht. Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bin im Irak jetzt, bei mir ist 44 Grad. Nur? Nur? Ja, also ich bin im Auto, Klima allager läuft voll, aber trotzdem ist es einfach so heiß. Habibi, normalerweise in Basra sind 50, oder? Nein, also ich bin in Baghdad. Also Baghdad ist 44, 45 jetzt. Weil ich weiß, in Basra sind 50, 51 circa, gell? Ja, ja, in Basra geht bis 55. Bis 55, genau. Das ist nicht normal. Überlegt mal, Leute, der heißeste Ort der Welt ist das Shat al-Arab. Das ist bei Irak und Kuwait. Der heißeste Ort der Welt. Über 50 Grad ist Standard. In Basra, ja. Das ist in Basra, Shat al-Arab. Bruder, du hast einfach, du hast gerade in Baghdad, in Baghdad hast du gerade Krieg ausgeführt, Jani. Alle haben dich gehört jetzt. Bruder, Bruder, ich liebe, ich liebe bei den Schiiten und da bin ich geschützter meistens. Weißt du? Das ist alles sunnitisch, weißt du? Weil die islamische Staat ist sunnitisch und die wollten den Irak übernehmen und die Schi'ah haben viele Schi'ah, über 1000 von Schi'ah geköpft, also enthauptet. Und die Schi'ah, die Schi'ah, also die sind gegen die Sunnis und alles. Das ist eine Geschichte, weißt du? Ja, pass auf dich auf, Bruder, Gott segne dich. Geh her, ich schütze dich. Keine Sorge, Autos komplett zu, die Fenster sind hoch. Hatschur, geh her, du! Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie er war, als er noch Moslem war. Jetzt könnt ihr euch vorstellen. Die Wahhabiten und Salafisten sollen, so kannst du dir vorstellen, da hast du noch Moslem war. Wenn die Männer sind, die sollen nochmal nach Mosul kommen, Mann. Wir haben sie alle vertreten, wie die Ratten, wie die Ratten sind die abgehauen, wie die Ratten sind die abgehauen. Alle Deutschen, es waren Deutschen, es waren Franzosen, es waren Italiener, alle Salafisten, wir haben ihre Bärter, ich war dabei, wir haben einen seinen Bart mit so Säklinge einfach geschnitten. Sehr gut, sehr gut, Bruder, sehr, sehr gut. Bruder, Bruder, wenn du schnell, wenn du schnell beim Herrn sein willst, dann musst du einfach in der Stadt, genauso wie wir hier missionieren, einfach, zeigst du Koran, sagst du es von Schätan. Bruder, Bruder, bei den Schiiten, bei den Schiiten, die wissen genau, der Koran ist aktuell verfälscht, das ist nicht dieser richtige Koran und sie haben zwölf Imame, diese zwölf Imame bestimmen, was richtig und was falsch ist. Wann der Mahdi kommt, kommt der richtige Koran, aber der Mahdi kommt niemals. Niemals. Habibi, kurze Frage, die Usulis oder, Habibi, ganz kurz, die Achbaris glauben, dass er verfälscht ist, das weiß ich, bei den Usulis nicht alle, oder? Das sind verschiedene Gruppierungen, auch im Irak. Aber die Mehrheit, glaube ich, glaubt daran, dass der jetzige Koran verfälscht ist und dass der Originale mit dem Mahdi kommt, das weiß ich. Absolut, ist komplett verfälscht, deswegen gibt es die zwölf Imame, die bestimmen, was angenommen werden soll und was nicht angenommen werden soll, weil der aktuelle Koran nicht gültig ist, sondern die Imame sind gültig, unvielbar. Yay! Genau. Und die Imame, und die Imame haben ja mit Allah zusammen die Welt erschaffen, das weißt du ja. Die haben die Welt erschaffen, die sind unvielbar, also die sind sozusagen, das ist eine, einfach Ehlehrer übernommen von Jesus Christus, weil Jesus ja unvielbar war, haben das auch ungefähr von den Christen damals übernommen. Und die haben halt verschiedene, die Schia, die Schia sind einfach, ganz kurz, Bruder, habt ihr alle gehört? Ja. Genau. Leute, habt ihr alle gehört? Das heißt, die zwölf Imame sind auch Schöpfer. Die haben mit Allah zusammen die Erde erschaffen und sind unfehlbar. Die gab es schon vor der Schöpfung Adams, gab es schon die zwölf Imame. Jetzt überlegt mal. Das ist, die waren bei Allah vor Grundlegung der Welt. Das ist einfach übernommen von der Bibel, weißt du. Bruder, das ist bei denen eigentlich keine Teufung. Richtig. Das ist Allahs Fußballmannschaft. Und glaubst du, und glaubst du, bei den Schia, in ihren Hosseiniah, also große Hosseiniah, also große Moschee, nicht Moschee, das ist Hosseiniah, weißt du, das ist Ahl al-Bait, es gibt sogar, die haben Kreuz, die haben Kreuze drinnen, weißt du. Die haben Bilder von Jesus und Kreuze drinnen und die haben... Ich hab's gesehen. diese Abendmahl, die haben alles drinnen, weißt du. Und die haben Kreuz und alles und die haben viele, viele verschiedene Sachen, die Schia. Ich hab viele Bilder gesehen, Bruder, ich weiß, du hast recht, ja, ja. Weißt du, die Iraker, die Iraker, die wissen ganz genau, die sind keine Araber, die sind damals Babylonier, Somar, Akkad, Aschur, Assyrer, Assyrer, Aramäer, Kildäer, ja, ja. Alles Mögliche, auch wenn die, auch wenn die jetzt, die aktuellen Schia Muslime, die wissen ganz genau, wir sind keine Araber. Wir sind damals verschiedene Völker gewesen und die haben uns gezwungen, den Islam anzunehmen und die sind immer noch, die sagen, wir sind sozusagen Babylonier, wir sind Assyrer, wir sind Kildäer, wir sind, weißt du, wir sind Babylonier, die sind nicht keine Araber. Verstehst du? Es gibt auch Schia, genau. Es gibt auch Schia, die sagen, dass Imam Ali soll das hier ich sage, dass er ein Gott ist, er war mit Adam im Paradies, er hat Abraham getroffen mit dem Bundeswehr drei Jahre fertig gemacht und war mit Moses unterwegs, kennt Jesus und was weiß ich, was ich habe mal so ein Hadith gelesen über den. Bruder, bei der Schia, bei der Schia ist Ali auch, er hat was erschaffen, er hat erschaffen, Gott. Du kannst, du kannst Mohammed, du kannst Mohammed beleidigen, aber Ali nicht. wirklich. Richtig, das stimmt wirklich. Ja, ja. Das Wort Ali, das Wort Ali heißt hoch, erhoben, das ist Gottes Name. Ali heißt hoch, erhoben. Hoch, genau, auf Aramäisch genauso, auf Aramäisch genauso, ja, Ali, der ist nach oben, ja, stimmt. Auf Aramäisch, ich habe viele Aramäische Freunde, Ali, hoch heißt, Aloya, Aloya, Ali, Aloya. und sogar auf einen anderen Dialekt vom Aramäischen Ali, wenn man sagt, Ali, er ist nach oben, er ist nach oben gegangen, als nach oben, das ist wortwörtlich, auf Aramäisch das Wort Ali, sogar auf Hebräisch, das ist dieselbe Version auch im Hebräischen, wenn das Wort Ali, Ali, ja, das heißt, er ist zu Gott nach oben, nach Yahweh, er ist heraufgestiegen, nach, zu Yahweh, die haben Sachen übernommen, vom Aramäischen, vom Hebräischen, aber sie selber, Bruder, die Araber, wissen das noch nicht mal, viele von denen. Der ist der Endgegner, Ali ist der Endgegner sozusagen, Lele il Ali. Ja, sogar das Wort, das Wort Salat, das Wort Salat, also bieten, oder gebieten, das Wort Salat kommt vom Aramäisch, auf Aramäisch, ich habe einen Aramäischen gefragt, Salat heißt auf Aramäisch, Slosa, Salat, Slosa. Ja. Richtig, auf jeden Fall. Ich gehe da mal wieder nach unten. Er fühlt das Rollen, er ist in der Lage, er fühlt das krass. Kopf kaputt gegangen, zu warm, zu warm, Bruder. Ja, genau. Weißt du, wie ihr Lieben bei dir steht, bei 44 Grad ist es normal, Bruder. Okay, ihr Lieben, ich bin heute Abend wieder da. Ja, ich verabschiede mich auch. Also, ich bin heute Siegen. Ja, ich bin heute Siegen. Vielen Dank, dass du mich angenommen hast. Ich ruhe mich, schöne Grüße. Ja, ich bin heute. Aus Bagdad, komm mal nach Bagdad, Harut, kein Problem, du hast Schuss. Die Schiehe schützen uns, weißt du, die Schiehe, die Christen, nicht wie ich kann es sagen. Hast du Geld mitgenommen, in der Zauwage des Metra? Zauwage des Metra? Genug, Genug, es gibt Genug in der Belange. Wenn ich Jesus nicht kenne, ich mache jeden Tag eine, zwei Stunden. Da steht, weißt du, die Schiehe haben recht. Die Schiehe haben recht, laut Koran, da steht, istamta'atun bihi min hunne, istamta'atun bihi, das Wort bihi heißt, weibliches Geschlechtsverkehr, istamta'atun bihi, genossen in dieser Geschlechts, wie heißt das, das Geschlechts, weibliche Geschlechtsverkehr. Entschuldigung. Du meinst, du meinst, womit ihr euch vergnügt, denen zahlt ihr ihr Lohn. Aber, aber auf Arabisch heißt, istamta'atun bihi, min hunne, ja, ja, ja. Entschuldigung. Ichuruhunne fariiza. Immer die Betriezung. Zuwähir, die Betriezung. Istamta'atun bihi, was ist das bihi, wenn ich sagen darf, das ist diese, Entschuldigung, das ist das weibliche, äh, äh, Geschlechtsding. Färgiham, Färgiham, Färgiham. Färgiham. Al-Förj, istamta'atun bihi, Färgiham. Das ist ein Zulog, hier fällst du im Zornfeld. Ja, die Schia, die Schia, die Schia, machen das richtig. Istamta'atun bihi, min hunne, abahunne, hujuruhunne. Also gebt ihnen Bezahlung, gegen Bezahlung, vergnügt euch, oder Genossen, vergnügt euch mit dem, Entschuldigung, dieses Wort, äh, wie heißt das, äh, weisliches Geschlecht. Dinke. Äh, aber als muslimische. Musi würde das ein Musi. Äh, wie heißt das aber? Geil, aber, 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 aber mit dieses Sura, mit dieses Sura machen doch, machen die doch, äh, alle islamischen Frauen richtig schlecht. Die erniedrigen die Frauen damit, oder nicht? Wenn du dich mit einer islamischen Frau, äh, vergnügst, und ihr dann Geld seid, was ist denn? Gott, der Harrod muss, der Harrod muss, der Harrod muss Schluss machen, Leute. Habibi, ganz kurz, der Harrod muss Schluss machen. Gott des Segen, Gott des Segen, Bruder Harrod, macht den Stream zu, Bruder, jetzt. Gott segne dich, Gott segne dich, Judy. Bis später. Bis später, Bruder. Bis dann.